Weisst du noch? Ganz in Weiss, mit einem Blumenstrauß So siehst du in meinen schönsten Träumen aus Stefan ging vor seiner Freundin auf den Knopf und sagte «Petra, willst du mich heiraten?» Petra sagte «Stefan, kommt ihr nicht schlauer, sie sind?» sagt er mal, aber die haben alle Nein gesagt. Nein, 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 nein!